Scheint so. Als wenn wir die killen müssen. Söldner, schlag doch mal mit drauf. Vielleicht bringt das was. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Na, nicht heilen hier. Der einzige, der heilen darf, ist mein Söldner, Mann. Okay, so. Da haben wir den noch. Aha. Ups. Gucken wir noch so Puppen an. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts anderes noch getriggert. Einmal hier den Puppen das Ding drauf knallen. Hier nochmal. Ich glaube, wir sorgen mal dafür, dass die Puppen jetzt hier vernichtet werden. Was? Nicht genügend Kraft. Och, nö. Ich will das einsetzen, Mann. Ah, schon wieder kein Wanner. Furchtbar ist das. Ah, wir kriegen jetzt gleich ein Mini-Ding. Und dann hat sich die Sache erledigt. Tag. Okay. So, wie läuft das jetzt? Ah, das Bett anklicken. Das Bett untersuchen. Wie ist das? Dann muss ich es wieder hinweg zurücklegen. Hallo? Wo ich denn jetzt... Garnet. The Bands for Donalds. After Killzum. Click on the bed again to retail journal. Aha. Ja, haben wir nicht gelesen. Deshalb, ähm... Jetzt müssen wir da hin. Zu dem Punkt, also zu Melanies Raum, und zwar... Also Raum, und der liegt im Punkt minus 51, 13, minus 84. Achso, ein Soldat. Ja, ja, ich weiß doch, dass ihr jetzt mittlerweile hier seid. Ganz schön nervig sind die Soldaten-Wachposten. Aber es ist halt immer sehr zeitraubend. Und, äh... Wenn man sich jetzt vorstellt, wie lange wir alleine jetzt schon für die Ärmelquests gebraucht haben... Und, gut, okay, wenn man jetzt natürlich bedenkt, äh... Man ist mit einer ganzen Gruppe unterwegs, geht das Meister natürlich viel schneller. Aber wenn man jetzt berücksichtigt, dass auch einige Sachen ja wirklich immer nur so Einzel-Updates sind... Also, dass nur einer immer das Plink kriegt, und dann muss der andere warten, und so ein Kram... Äh... Dann wird das Ganze doch schon nun mal einiges... Langwieriger. Langwieriger. Das ist ein... Schön heilen hier. Immer schön fleißig heilen. Das Ding noch aktivieren. Oh nein, unser Manner, ey. Das ist so schlimm hier drin. Hauptsache jetzt hier nicht drin verrecken. Ach, wir müssten eigentlich die mal direkt ins Target nehmen. Jetzt fängt das schon wieder mit nicht genühen Kraft an, ey. Komm schon. Söldner, du darfst nur mit draufschlagen. Okay. Da darfst du auch mit draufschlagen. Du darfst jetzt überall mit draufschlagen. Weil ohne Manner ist das Ganze immer sehr beschissen. Melanie, haben wir gekillt. So, na, dann müssen wir, ähm... Elise... ...zu Elise rüber, und das Licht, sag ich euch gleich, erstmal den hier killen. ...denn, das ist alles. Hey, nicht genügend Kraft. Nicht genügend Kraft. Ja... Ich muss aber so lange mit dem Stock draufkloppen hier. Mit unserem schönen Zahnstarb. Ist das ein einhändiger Stab? Ich hoffe doch. Spielt ja jetzt auch nicht so die Rolle. Haben wir nicht alles hier mastercrafted. Okay, die verzierte Truhe müssen wir noch einmal nehmen. So, und jetzt geht es ab. Was hatte ich gesagt? Christa, Eveling, ja, haben wir auch gleichzeitig gekillt. So, jetzt geht es zu Elise. Und zwar ist Elise minus 2, 30, minus 25 an dem Standpunkt. Was? Achso. Hallo, Soldat. Ach, wir haben ja einen Leistungspunkt bekommen. So. Flenden. Haben wir hier eigentlich... Ah. Gegen den elementaren Angriff. So, ja. Hüpf, 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 hüpf. Ah, das ist in der Mitte. Da ist sie Lisa. Nein. Pff, hüpf. 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 Hüpf, hüpf. Hüpf. Ach ja, sehen aber nie so gut aus, aber unser Söldner fängt ja auch immer erst irgendwie mal 50% an zu heilen, Folge dessen ist es natürlich schwierig für ihn, uns so weit hoch zu heilen. So, Lisa haben wir auch, okay, ähm, Backtrack, jetzt müssen wir Jenny killen und zwar befindet sich Jenny bei Minus 70, 13, Minus 5. Äh, ach, da hinten, wo wir, äh, ähm, vorhin, hier gar nicht war nichts gesagt. Die Zofo. Ah, mal diese Loks, diese Frame-einbrüche hier. Okay, fangen wir jetzt gleich auf. Das Ganze machen wir eigentlich nur, damit wir ins Basement reinkommen. Und im Basement kriegen wir nämlich, ähm, hier, äh, 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 die Erbequests Missing Mask. Weil für die braucht man nämlich auch Lord Everling. Das versuche ich so ein bisschen zu kombinieren. Und dazu müssen uns erstmal die Zugangs-Quests hier gelingen. Oh, da steht auch noch einer. So. Äh, als nächstes, go back up to step-step-step-step, was sonst da... Oh, nee, da nicht hin. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Oh, nee, da sind wir wieder hoch. Oh. 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 läuft einfach NICHT im Fernsehen, was gut ist. So, ähm... Einmal kurz lesen... Okay, da bin ich was aus... Dafür... Room and into the basement below. Make sure you stop halfway down the stairs into the basement or the whole room will be on you. S&G of Kill 3... Ja, mein Englisch ist gut, ne? Guck, oh... Nein! Wir müssen jetzt nicht den Ernst-Dämon-Dingens da, ne? Oh, Telefon! So, okay, weiter geht's. Okay, wie war das jetzt hier mit dem Basement? Half-Step... Ah! Okay... Fierce will spawn when you enter the room. He is rooted in place and you can avoid him. Wherever I attack you, you will stay in combat. But if you do not kill him, leave Comet... ...then... ...to Greg's encounter... ...ver... 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 ...click the bedroom door to spawn him. Ah! Okay! E! E! E!